Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video von mir und zwar möchte ich euch heute den 20 Facts About Me Tag drehen, denn ich denke gerade jetzt am Anfang ist es doch schön, wenn man jemanden einfach ein bisschen besser kennen lernt. Von daher habe ich mir 20 Fakten rausgeschrieben über mich und ich muss sagen, es war gar nicht so einfach ein paar Fakten über mich aufzuschreiben. Daher habe ich jetzt mein Handy hier und werde euch jetzt einfach mal ein paar Fakten vorlesen. Der erste Fakt, ich heiße Lisa, bin 24 Jahre alt, ich habe zwei Schwestern, ich habe zwei Nichten schon, noch dazu habe ich zwei Tattoos, einmal hier an der Seite und oben zwischen den Schulterblättern. Dann gehe ich regelmäßig zum Yoga einmal die Woche, das mache ich jetzt seit einem Jahr und ich muss sagen, es tut mir einfach so unglaublich gut. Ich schlafe immer auf der Seite, also wenn ich auf dem Bauch liege oder auf dem Rücken kann ich einfach nicht einschlafen. Ich muss immer auf der Seite liegen, wenn ich abends ins Bett gehe. Ich esse eigentlich fast immer eine einfache klassische Pizza Margherita oder Fungi. Ich verabscheue Respektlosigkeit. Es gibt für mich einfach nichts Schlimmeres, wie wenn Leute respektlos anderen gegenüber sind. Ich liebe Weihnachten. Für mich gibt es nichts Schöneres wie Weihnachten. Ich liebe es zu dekorieren und Plätzchen zu backen, Geschenke zu kaufen und einfach anderen eine Freude zu machen. Ich glaube an Karma. Also ich denke einfach, jeder bekommt das so zurück, wie er es verdient hat. Ich liebe Serien. Ich bin ein absoluter Serien-Junkie. Also ich gucke wirklich, sei es Craze Anatomy, Gilmore Girls, Pretty Little Liars. Das ist mein absoluter Favorit, aber auch so alte Klassiker wie One Tree Hill sind. Also ich bin einfach ein absoluter Serien-Junkie. Dann ich bin ein Perfektionist. Bei mir muss einfach immer alles perfekt sein. Ich mag keine Insekten. Also ich hasse Spinnen oder irgendwelche Käfer. Dann kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Ich liebe Konzerte. Ich liebe es einfach, auf Konzerte zu gehen. Ich werde dieses Jahr zu dem Konzert von Adele nach Köln gehen und ich freue mich schon riesig darauf. Ich finde es einfach so toll. Allein das Peeling auf Konzerten ist für mich einfach so ein Must Have. Ich reise sehr gerne. Also ich liebe es, unterwegs zu sein, neue Städte oder auch neue Länder kennenzulernen. Ich finde es einfach so toll, neue Menschen und alle Visiten auch kennenzulernen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, denn ich liebe es zu fliegen. Für mich gibt es nichts schöneres, als in ein Flugzeug zu steigen und zu fliegen. Ich liebe es einfach. Ich mag keine Horrorfilme. Ich hasse. Ich hasse wirklich Horrorfilme. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als Horrorfilme. Ich liebe den Sommer. Also ich bin ein absolutes Sommerkind. Ich liebe es, wenn es draußen warm ist und das Wetter im Moment ist so überhaupt nicht meine Welt. Und als letzter Punkt, ich liebe Harry Potter Filme. Ich bin mit Harry Potter groß geworden und Harry Potter ist einfach für mich so mein absolutes Must Have an Filmen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video hier gefallen hat und freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mehr über mich hier erfahren und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.